Ja, Herzlich Willkommen, mein Name ist DaniloLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xtilla 2. In der letzten Folge hatten wir ja einen nicht so erfolgreichen Part in Reich der Dunkelheit oder was auch immer noch mal, wie sich das ausschimpft. Und ja, um jetzt doch noch irgendwas erledigt zu bekommen, versuchen wir uns jetzt mal im Colosseum, was auch immer wir da machen können. So, und jetzt kann ich auch mal zeigen, was für Waffen wir da kaufen können, die voll überpowered sind und zwar hier. Also, ja, so überpowered sind wir jetzt eigentlich nicht mehr und irgendwie sind ja auch gar nicht mehr so teuer, wie ich die in Erinnerung hatte. Aber naja, wir können nichts für Dingens kaufen, nichts für Ludger, schade. Wir können hier so ein paar Dinger kaufen. Zum Beispiel können wir hier für ihn den Tyrannfaust kaufen. BAMS. Ja, für sie. Welche Stärke? Nehmen wir, die ist stärker und tut mehr Werte erhöhen. Okay, warum sollte ich dann die nehmen? Über die hier. Gehen wir einfach unser Geld aus. Wir müssen dann zwar irgendwie irgendwo reinpacken, aber egal. So, hier können wir auch noch Sachen kaufen. Wir brauchen, weiß ich nicht. Gucken wir erstmal an, wie hart das Colosseum ist. Wird wahrscheinlich dann nur erstmal eine Dingens, eine Anfängerklasse und all das was geben. Willkommen, wir kämpfen und schlachten bis Chando bekannt. Wollt ihr mitmachen, braucht ihr Infos, da kann ich euch weiterhelfen. Im Colosseum kämpfen, nicht im Colosseum kämpfen. Man muss zum zum Colosseum fragen. Also gut, ich werde es euch erklären. Die Feuerohren sind sauber, damit ihr auch alles genau versteht. Ihr müsst eine Teilnahmegebühr für das Colosseum bezahlen, Geld wechseln und nämlich mal auf Bäumen. Wenn die Schlacht beginnt, werden eure KP und TP vollständig wiederhergestellt. Ihr habt also keine Ausrede, da draußen nichts euer Beste zu geben. Selbst wenn ihr verliert, habt ihr am Ende wieder volle KP und TP. Dennoch erwarte ich von euch, dass hier alles geht und es ihnen da draußen zeigt. Ihr könnt eine unbegrenzte Anteile an Verbrauchsobjekten mitbringen. Nicht kleckern, sondern klotzen. Objekte, die ihr in euren Gegnern wegnehmt, könnt ihr als Preis erhalten, wenn ihr einen Modus gewinnt. Vielleicht kommt ihr an so ein paar richtig gute Raritäten. Selbst wenn ihr nicht gewinnt, werdet ihr für einen guten Kampf belohnt. Was wäre alles, dann macht ihr euch nicht zu viel Gedanken, legt einfach los. Okay, BAMS. Wählt ein Modus aus, Wechselmodus. Was ist das? Anfänger, okay. Wechselmodus. Anfänger, werdet ihr als nächstes die Figur noch, die sich begleiten sollen? Ludger? Okay, nur zwei. Na gut, dann mal los. Keine Sorge, ich sammle eure Knochen nachher ein. Dann mal los. Wo hat sie sich im Stab rausgezogen? Egal. So, dann kommt man ja. Boah, die erste Kampfmusik, den war schon lange. Puh, level 21. Oh, von Linken war aus, TP, äh, TP. Hier war ein paar von denen erledigen. Okay, wir werden wahrscheinlich doch viel stärker irgendwann. Ja, okay, das ist wie ein Graces, habe ich so das Gefühl. Wo ist euch mein Schwert raus jetzt? Habt ihr verkackt bei mir? Okay, wer zaubert hier die ganze Zeit? Du! Besser, auf damit. Und zack. Naja, wir können ja, nee, wir können ja nicht ausfallen, Gott sei Dank. So, eine einzelne Klasse. Mal gucken, schön, irgendwann, ne. So, ihr habt es besser. Boah, schon wieder unterm Fall. Meine Güte, wenn er zahlenmäßig immer mehr. Und ein bisschen stärker werden sie auch. Ich kann ja nicht rausnehmen. Ich soll nicht ausprobieren. Ja, ich wusste, ich wusste, ich wusste, ich wusste, ich wusste. Gucken wir mal ab. Ah. Mein Gott, irgendetwas Zauberer, dahinten. Wie kannst du es wagen? Warte, ich rette dich, komm her. Ich wusste, ich konnte dich vertreten. man bewegt mich mal ein bisschen dahin oder nicht so was hat denn mein ding ist renato ok chris und beute wer kommt irgendwas neues ja wie er sieht man schon wie früh ich die hätte machen können und ich weiß was willst du eigentlich was angst vor feuer ja und sagt feuer bitte aber gedacht war noch einfach das klingt überhaupt nicht wahnsinnig denn das fragmento für mich so groß war doch jetzt neu keine ahnung glückwunsch zu einem sieg im wechseln muss anfänger ich glaube ich bin verliebt was und kopf hier aber nicht sehr toll jetzt kommt um kämpfen kann ich jetzt auch ich kann nur anfänger anfänger ja nutzer weiß nicht lea vielleicht fürs klauen und elven na gut dann mal los kann ich sagen wir können nachher ein danke verliebt dann kommt mal war eine geile truppe so wenn wir mal schnuppern dann leckt mich skorpaktus was von dem muss ich auch 15 erledigen oder was dann kriegt wieder mehr fp was habe ich das mache vielleicht war auch aber wieder so ein post war schnell ich bin taube kolosseum ja ich muss auch 15 mal machen für jeden bonus zu bekommen er kommt heute elite monster kampf thema nicht gut so aber keine chance okay ist ja noch anfänger ne vielleicht irgendwann richtig doll aufs maul ich weiß ja noch wie ich im einzelmodus aus maul bekommen habe man gegen die alten charaktere kämpfen musste da fand ich sehr schön wenn ich war zu klauen sachen halt war er hat eigentlich was gemacht wenn ich war zu essen eingestellt hätte jahre vielleicht auch eine idee gewesen schon wieder du komm mal her geld habe ich übrigens auch nicht bekommen oder oder habe ich das ja im kampf mir vielleicht geld wo er mit dem dreck ja auch mit dem dreck naja warum kann ich denn nicht items nutzen die hat doch gesagt ich kann unbegrenzt items benutzen oder ja wie lange wirst du ja noch verwirrt so freck danke aber du bist unser boss hier wo total ist gut hauress da denke ich doch noch ausmessen hat oder aus noch einer blau taus ok das ist ja nicht eigentlich bin ich eigentlich ein idiot und sagt du bist vielleicht weg mit einem schlag ja soweit von und wir haben nichts an geld bekommen die seite bei uns soweit alles haben wir bekommen super ich hätte nie gedacht dass ich den gruppen modus anfänger schaffen will ihr gehört ganz sicher nicht in die provinzliga alexandries äh oh cool so noch mal direkt weiter wechsel modus immer nur anfänger fortgeschritten mach mal dünns shoot und rohn und lese wir mal wieder deftig auf der kacke ich habe jetzt nicht schon die letzte stufe des kolossiums fängt man nämlich an spaß zu machen wie er gerade okay nochmal gleichen okay nur stärker oder wie mit einem schlag weg der auch was macht ihr denn der auch beinah das haben wir mal gehen der angriff schon immer so überpowert sehr gut wenn die magie läuft du bist gerade von tot wenn ich mit meinem tollen einbruch komme BAMS BAMS mit wem bin ich am thron bin ich okay oh du geh weg sehr gut ja die waren noch so gut wie da kein schaden wahrscheinlich kommt dann noch viel mehr ne hey ich habe mich auch gedreht ich weiß noch der wieder gerade genau da verdammt was soll davon treffen es ist ja die musik leint nicht sehr gut schon wieder was ist jetzt der unterschied gewesen kann doch wie in der welle von kämpfen war was keine ahnung machen wir erst mal fertig ich 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 auch ein bisschen hey was mein kreis rausgehauen wir haben das schlag gemacht ja sehr wohl später dimensionen kam thema und es ist aber ein was ich auch fertig der wird wenn ich immer irgendwie 15 mal das kursium schaffen würde dann komme ich irgendwie folgenden charakteren auf einmal ich liebe dieses rät auch nach 150 part 50 ja es war weiter oder mein gott so lange schon auf euch tue ich doch nicht mein ding zu vallern ich dachte auch nein exoplasma aber jetzt noch resistent gut ja da kann sich auch halten vorlegt mich was hat er mit diesen provozierenden angriff weil du bist der lecker wm muss ich mir jetzt hier angreifen ich wo allein wegen dem gegner ist oder eine lokale kampfmusik ändert sich manchmal der sich wieder in die erde eingreifen möchte lieber meine paul in der formel hier kaputt ja auch zu ich meine an einhorn einhorn eines einhorns hinterlassen wie 0 warum kann ich denn nicht ja aber jetzt resistent ging es kein wunder für keinen links machen was er hat jetzt kann ich den kaputt noch keine chance gegen uns wollte ich machen ich wollte den ihr machen ist anfällig glaube ich musst du ja und jetzt die flinke umrundung wahrscheinlich nur der beginnung des ganzen albtraums wenn noch richtig hart hat so sehr gut und wie es als einziges noch am stehenden das war gut glück zu einem siegen modus fortgeschritten das muss gefeiert werden dämonen siegel hey 2,5 fache was meine katz ist zurückgekehrt goldner vorstreckt scherbeln und jetzt okay ja und jetzt haben schon alles im kurs herm erledigt hallo und nun lass mal hier links wieder verkaufen ja keine frische habe ich schon wieder nicht abgeschweigert okay spezial schmanker herz kraut und soweit können alle sachen erstellen brach ich ein omega lexier wieder erstellen das war richtig gut heiliges symbol verdammt aber tier also amathias nachtglanz fehler engels nadel nachtglanz weder hey der manden schutz bei super lober spalte hm weiß nicht was soll ich jetzt machen ich werde wahrscheinlich aufgehen alle elite monster ihr platt machen mit einem riesigen batzen geld in taschen der nächsten aufnahme seien und mit richtig viel level weil mich schon wieder so übermächtig weil man kann warum kann ich mir nichts mehr machen kommt schon mal irgendwann wenn ich ein paar sachen erlegt habe immer noch am mittel und gucken so missions mäßig ich noch machen kann ein weiser kreis man goldwürfel gerne vielleicht kann ich einem casino jetzt neue belohnungen holen weiß man ja nicht nach dem durchspielen er weiß ich kann ich ja neue belohnungen bekommen ich kann ein paar freundschaften sind teuer dann nicht ja ich weiß wieder ich brauche ein bisschen stärker für dingens also nicht für die optional dungeon also mal gucken was das sagt er mir geht ja 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 Was sagst du? Willst du es einen Schuss geben? Na klar, es gibt sicherlich Wert, wenn es zu versuchen. Eww, nein! Es könnten alle verschiedene neue Monster sein. Es ist so schrecklich. Und zwar, du klingtest nicht auch ausgeräumt. Ich würde sagen, dass Mewsé's duplicitöse Natur viel mehr schrecklich ist. Ist es? Ich denke, es ist süß. Und gucken, wie das eine Quest. Guck mal an. Boah geil. Das ist ein Kursium. Das ist ein Kursium. Das ist ein Kursium. Nein, Schandu nehme ich an. Ich würde sagen, wir heben wir uns irgendwann mal auf. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal ein paar Elite-Monster plätten. Vielleicht nehme ich das ja auch noch auf. Ich möchte das ungern Offscreen machen. Da sind so viele. Aber naja. Ich kann auch nicht alle aufnehmen. Das dauert auch zu lange. Hm, mal gucken, wie ich da rede. Ich würde jetzt erstmal sagen, das war's dann für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play. Taste of Ziller 2. Ich bleibe mich erleidig für Zuschauer und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Das ist es.